Und an der Brust, da ist noch so ein kleiner Anteil Fett. Das ist auch noch ein städtisches Fett, mir warum nicht. Da ist diese Kante nicht ganz durchgezogen. Da ist ein kleines bisschen noch, da oben noch ein bisschen Fett. Es ist furchtbar, es ist echt furchtbar. Ich reiße mir den Arsch an, und wie es passiert. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Andreas Triebacher, Pörsdrenner aus Karlsruhe. Ich habe euch hier schon mal was vorbereitet. Könnt ihr das sehen? Ich habe hier einen großen Kuchen aufgemalt. Und jetzt haben wir hier, schau mal. Hier haben wir ein kleines Dreieck. Das sind die 5%, also 5% von 100. Es sind 95% noch übrig. Und diese 5% sorgen für maximalen Frust. Unglaublich, oder? Wir können 5% für maximalen Frust zahlen. Es geht dabei. Was geht es? Ihr habt es vielleicht schon erraten, um was es geht. Es geht darum, dass wir ganz oft die Weltmeister sind im Kritisieren. Wir schaffen es immer wieder, immer an uns rumzunördeln. Dafür sorgt natürlich auch der Perfektionist, den der ein oder andere am Arsch hat, der sorgt natürlich auch dafür, dass wir immer nur am Nördeln sind. Immer. Wir sehen viele Dinge, die gut sind, überhaupt nicht. Und wir nördeln nur noch. Wir sind nur noch am Suchen, wo können wir bei uns kritisieren. Wer liefert mir die Vorlage? Die Vorlage bekomme ich von meinen Kunden geliefert. Ja. Und zwar, da stellen Sie es raus. Sie kommen manchmal irgendwann nach 10, 15, 20 Jahren keinen Sport, keine Beachtung des Essens. Da wurde wild gefeiert, da wurde wild gegessen, quer durch die Garten. Und was kommt dabei raus? Auch kein Sportbetrieb. Klar, die Waage sagt auf dem Display an, dass es nicht mehr schön ist. Der Spiegel ist auch nicht unbedingt unser Freund. Wir sind gefrustet und fangen an, Sport zu bereiten. Wir stellen um, strukturiert, zwei bis drei Meter Woche Sport. Wir stellen die Ernährung um, drei Mahlzeiten am Tag, gesunde Mahlzeiten, Bio sogar noch. Dann achten wir darauf, dass wir kein Fastfood mehr essen, wenig Alkohol trinken, wenig Süßigkeiten. Dass wir uns zu Hause gesund versorgen mit gesunder Kost. So, und dann, der Kunde kommt, sind wir nach 8 bis 10 Wochen nach der Umstellung. Jawohl, 4, 5 Kilo unten. Alles klar, der Kunde freut sich. 8 Wochen später, nochmal 3, 4 Kilo unten. Der Kunde freut sich immer noch. Umso länger die Leute am Ball sind, umso besser sie eigentlich sind, umso besser der Fitnesszustand wird. Umso schöner die Optik, umso optimaler das Gewichtsverhältnis zwischen Wasser, Muskelmasse und Fettmasse. Umso kritischer werden wir. Ja, es ist tatsächlich so. Da steht man dann irgendwann vor dem Spiegel und fängt an, da ist noch was, da ist noch, da ist noch was. Man sucht nur noch die Punkte, die schlecht sind, die angeblich schlecht sind, die angeblich nicht so aussehen, wie wir uns das wünschen. Und was gibt das Ganze? Zu was führt das Ganze? Das Ganze führt dazu, dass wir ganz viel Stress produzieren. Unser ehemalig geliebter Sport, unser ehemalig geliebter Fitness-Lifestyle, der montiert langsam, aber sicher zu einer Zwangshandlung. Das heißt, wir gehen ins Fitnessstudio, wir haben aber keinen Spaß mehr dran, sondern es ist ein notwendiges Übeln. Da läuft was gefaltig schief. Gibt es einen Ausweg? Es gibt einen Ausweg und der ist relativ einfach, der ist relativ easy. Nimm ein Blatt Papier und mach auf der einen Seite eine Liste, was du in den letzten sechs Monaten, zwölf Monaten, zwei Jahren alles verbessert hast. Du hast deine Ernährung beschäftigt, du isst regelmäßig, du isst weniger Süßigkeit und trinkst fast kein Alkohol mehr. Du hast vielleicht sogar noch aufgehört zu rauben. Du isst kein Fast Food mehr. Schreib es auf, du trainierst regelmäßig. Du hast deinen Körper verbessert. Du hast 10 Kilo, 15, 20 Kilo abgenommen. Du siehst viel besser aus, fühlst immer aus. Du fühlst dich viel wider, aber auf einer Seite schreibst du das auf. Schön, sauber im Druckbuchstaben. Und auf der anderen Seite, da liestest du diese kleinen 5% drauf. Und dann wirst du sehen, mit eigenen Augen, ey, was tue ich hier überhaupt? Was tue ich hier überhaupt? Ja, da wird dir auffallen, dass du hier was praktizierst, was wirklich nur Frust provoziert. Und mit Frust hat keiner Erfolg. Deswegen, Freunde, es gibt einen Ausweg. Macht die Liste, probiert es aus und dann steht ihr mit der Liste vor dem Spiegel. Habt vielleicht noch ein paar Bilder, ein paar alte Bilder. Hier, in der Badehose, im Badeanzug, in der Sportbegleitung, guckt euch mal im Spiegel an. Guckt euch im Spiegel an und sagt, ja, 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 ich bin verdammt gut und ich habe schon verdammt viel geschaffen. Genau das ist einfach. Wie, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß dabei.